Tobias, was ist deine Musikrichtung, auf die du gerne feiert? Ich feiere so überhaupt nicht. Ich gehe einfach nur. Ich bin ja bei dir, dass du gar nicht kommentiert bist. Ist du alt? Dann musst du alt verlaufen, muss leider laufen, oder gehst du was? Verlaufen, muss leider laufen, oder gehst du was kaufen? Und vielleicht was saufen? Nee, oh, es war mein Zähnen. Es war mein Auge. Nein, es war nur gleichs Auge. Dann war ich zu tauge. Ich muss nur was kaufen. Das geht auch nicht, das geht auch nicht, das geht auch nicht.